Ihr hört Die Wunderfabrik. Keiner darf es wissen. Von Stefanie Gerstenberger. Gelesen von Caroline-Sophie Göbel. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Erstes Kapitel. In dem Winnie, Cecilia und Henry an einem ziemlich trostlosen Ort zurückgelassen werden sollen. Winnies Eltern saßen am Esstisch und redeten leise. Das war nicht ungewöhnlich. Die beiden flüsterten dauernd miteinander, wie zwei schrecklich Verliebte. Aber heute war etwas anders. Winnie wusste diesmal genau, was sie da so eifrig miteinander zu besprechen hatten. Sie flüsterten, weil sie ihre Kinder bald verlassen würden. Ja, verlassen. Fast so wie bei Hänsel und Gretel. Können wir sie da wirklich hinbringen? Hörte Winnie gerade ihrem Mom sagen. Sie sind alt genug, sie können sich wehren. Das war Winnies Dad. Es sind unsere Kinder. Wieder Mom. Die wir zu selbstständigen kleinen Menschen erzogen haben. Naja, eigentlich haben wir uns eher selbst erzogen, dachte Winnie und grinste. Ich kann es nicht ertragen, wenn Henry weint. Ich kenne die beiden. Ich musste bei ihnen aufwachsen, sagte Mom. Du musstest bei ihnen aufwachsen, wie sich das anhört. Übertreibst du jetzt nicht ein bisschen Christy? War es wirklich so schlimm? Sie waren jedenfalls schon immer sehr mit sich selbst beschäftigt. Deswegen bin ich mit zehn Jahren freiwillig ins Internat gegangen. Ja, wie auch viele andere Kinder hier bei uns in England. Winnie schüttelte den Kopf. Henry würde nicht weinen. Dafür würde sie schon sorgen. Sie presste sich noch enger an den Schrank, neben dem sie zufällig stand. Sie hatte gar nicht vorgehabt zu lauschen. Was konnte sie dafür, wenn ihre Eltern sie einfach nicht bemerkten? Sie haben uns angeboten, auf sie aufzupassen. Mams Stimme klang leise, doch irgendwie schockiert. Freiwillig, sie haben ihre Enkel eingeladen, zu ihnen zu kommen. Ist das nicht seltsam? Das ist allerdings merkwürdig, ja. Winnies Vater schaute auf und entdeckte seine Tochter nun doch. Winnie, warum bist du noch nicht im Bett? Echt jetzt? Dachte Winnie. Was für ein typischer Daddy-Spruch. Es sind Ferien, Dad, und ich bin zwölf. Trotzdem, es ist schon spät, wir müssen morgen früh los. Wir besuchen eure Großeltern in Wales. Stimmt es, dass Grandpa uns eingeladen hat? Sie sah, wie ihre Eltern beide mit den Augen rollten und sich gleichzeitig Sorgen machten. Die Großeltern luden sie nie ein. Sie war erst einmal in ihrem Leben bei ihnen in Wales gewesen, um den neugeborenen Henry vorzuzeigen. Winnie und ihre Familie hatten zu der Zeit noch in der Schweiz gewohnt, bevor sie nach Boston gingen, bevor sie nach Norwegen gingen. Sie waren echt oft umgezogen damals. Das gehörte wohl dazu, wenn beide Eltern Wissenschaftler waren. Winnie war sieben gewesen und Cecilia schon neun, aber es war nicht wirklich viel, an das Winnie sich erinnern konnte. Da war der Strand gewesen und das fleckig angemalte lila Haus mit der schiefen Außentreppe, die sich wie eine orange Schlange da rumwickelte und nirgendwo hinzuführen schien. Es war warm gewesen und es hatte Kuchen am Strand gegeben, den sie im Flugzeug aus der Schweiz mitgebracht hatten. »Grandma ist so grottig in der Küche«, hatte Mom in dem Auto gesagt, dass sie sich damals am Flughafen geliehen hatten und war seelenruhig auf der falschen Seite gefahren. »Grottig«, Cecilia und Winnie hatten sich das Wort den ganzen Nachmittag ins Ohr geflüstert, während sie Grandma beobachteten und gekichert. Winnie hatte die Schlangentreppe hochklettern wollen, doch Dad hatte sie schon auf der vierten Stufe erwischt und wie einen Apfel runtergepflückt. »Und wie lange sollen wir da überhaupt bleiben?«, fragte Winnie ihre Eltern jetzt. »Vielleicht bekam sie ja diesmal eine Antwort.« »Wir schauen mal, wenn es wieder so... so... grottig ist?« Mom lachte. Winnie liebte es, wenn sie lachte. Sie hatte dann ausnahmsweise mal nicht ihren konzentrierten Forscherblick, sondern sah richtig schön aus. »Weißt du, Mom«, sagte sie, »grottige Grandma mit Strand ist im Sommer vielleicht besser als ungrottiges London mit vielen Touristenbussen.« Winnie mochte die Stadt. »Aber wenn sie ein bisschen leerer wäre, wäre sie noch schöner.« »Das könnte doch cool werden!« »Wenn du meinst, Eule, komm mal her!« Mom umarmte Winnie ganz fest und gab ihr einen Kuss auf die dunkelbraunen, etwas lockigen Haare. Mom war die einzige Person auf dieser Welt, die sie Eule nannte. »Warum hatte Winnie immer noch nicht verstanden?« Untertitelung des ZDF, was zum Beispiel für heute. »Ah, wer hat mich über die Person, wo ich mich um diese Leute nicht verstanden?« »F Kathleen,